Wie prüfe ich die Qualifikation des Sachverständigen, der ein familienpsychologisches Gutachten im Kindschaftsrecht abgeben soll? Eigentlich ist die Frage relativ einfach und sie wird so vom Gesetz auch vorgegeben. Der § 163 FAMFG sagt hierzu abschließend, was es zu beachten gilt. In Verfahren nach § 151-3 ist das Gutachten durch einen geeigneten Sachverständigen zu erstatten, der mindestens über eine psychologische, psychotherapeutische, kinder- und juchernpsychiatrische, psychiatrische, ärztliche oder sozialpädagogische Berufsqualifikation verfügen soll. Und wenn er nur Pädagoge oder Sozialpädagoge ist, braucht er entsprechende Zusatzqualifikationen, um ausreichend Kenntnis diagnostischer und analytischer Art zu haben. Das ist herzlich wenig und das haben sich auch die Ersteller der Mindestanforderungen an die Qualität von Sachverständigengutachten im Kindschaftsrecht, zweite Auflage von 2019, gedacht. Und deshalb hat die Arbeitsgruppe, diese sehr breite Arbeitsgruppe, immerhin ist die ganze Seite 2 und die Hälfte der Seite 1 mit den Teilnehmern gebündelt, sich hierzu nochmal gesondert eingelassen lässt, die Mindestanforderungen einfach einmal durch. Das ist ja natürlich ein bisschen Arbeitsaufwand, aber am Ende lohnt sich's für euch. Denn ihr habt hier zum Beispiel auf Seite 9 zu den Anforderungen an die Sachkunde ausgeführt, weil eben hier ein komplexer Bereich betroffen ist, weil die Vielfältigkeit besondere Anforderungen stellt, die nicht aufgrund der weiteren Bedeutung eben eine große Sachkunde notwendig werden lassen, sollte man eben nachgewiesene forensische Kenntnisse haben. Und das soll eben nicht nur einfach so heimlich, still und leise dem Gericht bekannt erfolgen. Nein, diese Kenntnisse sind, wenn ihr auf Seite 13 entsprechend nachschaut, zu nennen. Nennung des Sachverständigen samt seiner wesentlichen relevanten beruflichen Abschlüsse und Zusatzqualifikation. Und wem das immer noch nicht ausreicht, der kann noch weiter nach Ende dieser Mindestanforderungen durchblättern. Unter römisch drittens auf Seite 19 ist hierzu ausgeführt. Die Zusatzqualifikation ist nämlich nicht irgendeine Zusatzqualifikation, sondern eine, die fundierte theoretische, auch rechtliche Kenntnisse beinhaltet, die eine fachlich begleitete Praxiserfahrung und supervidierte Fallarbeit, also durch einen Supervisor, einen Obergutachter, wenn man es so nennen möchte, begleitete Arbeit darstellt, eine Abschlussprüfung mit Bestätigung und eine kontrollierte Fortbildungsverpflichtung, vielleicht der wesentlichste Punkt, wenn man schaut, wie viele Sachverständige teilweise 10-15 Jahre alte Unterlagen in ihren Gutachten als das Maß aller Dinge verkaufen. Doch auch das reicht noch nicht aus. Lest noch weiter, lest die Seite 19 zu Ende. Ärzte müssen ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sein, mit dem Schwerpunkt Forensische Psychiatrie und einem Zertifikat Forensische Psychiatrie nach DGPPN. Der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie soll ein Zertifikat für Kinder- und Jugendpsychiatrische Begutachtungen nach PAGKJPP oder BKJPP oder DGKJP haben. Psychologe, Master oder Diplom ist an der Stelle egal, soll ein Fachpsychologe für Rechtspsychologie nach BDP bzw. DGPS sein und eine postgraduale oder ein Weiterbildungsstudiengang Master of Science Rechtspsychologie soll möglich sein. Psychologische Psychotherapeuten, das sind die mit einer Approbation, also die Grenze zwischen Psychologe und Psychiater, wenn man es mal so vereinfachend darstellen möchte, die müssen, um als Sachverständige in Betracht zu kommen, eingetragen sein in den Sachverständigenlisten von Psychotherapeutenkammern. Ihr glaubt gar nicht, wie oft diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Ihr könnt euch also grundsätzlich eher darauf verlassen, dass jemand, der in die Sachverständigenlisten der Psychotherapeutenkammer eingetragen ist, entsprechende Zusatzqualifikationen erworben hat. Im Zweifel nachfragen. Das wird in der Regel nicht so weit gehen, dass ihr vom Psychologen konkrete Auskunft bekommt, wann er welches Zertifikat erworben hat. Aber wenn zum Beispiel nicht konkret das Zertifikat benannt ist, nur ein Zertifikat Forensische Psychiatrie ohne den Zusatz DGPPN bei einem Facharzt für Psychiatrie oder eben nur Fachpsychologie für Rechtspsychologie oder Rechtspsychologe ohne BDP bzw. DGPS, dann reicht das nicht aus und dann habt ihr einen Anhaltspunkt, um gegebenenfalls auch Belege zu fordern. Grundsätzlich empfehle ich immer die Recherche im Internet nach den entsprechenden Experten. Es ist erstaunlich, wie viele es nicht schaffen, ihre Qualifikation auf den Homepages darzutun. Dabei wäre es doch eigentlich ein einfaches. Ein qualitativ hochwertig arbeitender Psychologe wird sicherlich gerne hierüber Rechenschaft abliefern, ist ja kein Geheimnis, was man kann. Ganz im Gegenteil, es ist oftmals etwas, was einen von der Masse herausragen lässt. Deshalb frage ich mich schon, weshalb hier so wenig Zeit verschwendet wird. Aber es sind eben nicht nur die Psychologen, die hier mauern, sondern eben oftmals auch die Richter, die sich mit Lapidan setzen, wie gerichtsbekannt erfahren oder ähnliches, ja, zufrieden geben. Mir reicht das nicht aus und es sollte euch auch im Kampf ums Kind nicht ausreichen. Fragt hier nach, seid hartnäckig, recherchiert selber und je mehr zwiespältige Anhaltspunkte da sind, zum Beispiel Arbeitsbereiche, die außerhalb dieses Kernbereiches der Rechtspsychologie liegen, wie zum Beispiel Arbeitspsychologen oder Versicherungsmitarbeiter oder was wir so alles in der Praxis immer mal wieder haben, das sind dann halt schon erhebliche Punkte da, weshalb man dann konkreter nachfragen und gegebenenfalls auch Zertifikate anfordern sollte. Aber so ein Zertifikat werdet ihr nicht einfach so bekommen, sondern nur, wenn ihr eben konkrete Bedenken gegen die Zulässigkeit kundtun könnt. Ein kleiner Tipp am Rande. Oftmals ist der einfachste Weg, hier nicht rumzustreiten, sondern sich selber einen Qualifizierten zu suchen und zu sagen, mit dem würde ich zusammenarbeiten, weil das Gericht auf das Gutachten als Expertise angewiesen ist und ein Gutachten ohne eure Teilnahme in der Regel nur einen äußerst geringen Aussagegehalt hat und noch dazu sehr viel Beweisaufnahme für den Richter verspricht, wenn ihr entsprechend hartnäckig seid, ist es oft der einfachste Weg, um das Ziel zu erreichen, das man erreichen möchte, nämlich ein Gutachten so, wie man es selber verrichtigt hält. Ich hoffe, dass ich euch hier diesen Aspekt meiner Arbeit, zum Beispiel in einer kritischen Gutachtensrezension, die ich unter gutachten-anfechten.de anbiete, näher gebracht habe. Wie immer, alles kann man selber machen und wenn man nicht entsprechend zurechtkommt, kann man sich gerne an mich wenden. Für Familienrecht bei Michael Langhans. Euer Michael. Tschüss.